Hallo, ich bin Robert. Hallo, ich bin Serjan. Und heute haben wir einen Deutschkurs bei Rapide. Das muss ich nicht unbedingt haben, aber für andere Sachen bin ich gern zu haben. Jetzt den Speer ist da mal er, dass er überhaupt singen lernt. Grüß Gott, mein Name ist Roman Gregory von Alkbottl und wir befinden uns am einzigen grünen Ort, den Favoriten. Da muss ich gleich ein Bierle aufmachen, das muss ich gleich feiern, das glaubt mir auch kein Mensch. Prost! Auf Rapide! Ne, am Ziel. Geht schon. Ist das aufgenommen? Ich singe alle ein Tschetti. Die Fußball-Sport wollen wir betreiben. Epipura! Epipura! Wir wollen immer freundlich bleiben. Gemeinsam kämpfen, siegen. Nur diesmal nicht am Rasen, sondern am Tanzparkett. Die Rapide haben mittlerweile ihr Gegenüber fest im Griff und übernehmen sogar kurz vor der Halbzeit die Führung. Du hast vergessen, deine Mama in Bussi zu schicken. Hatten wir ausgemacht. Wenn du enttäuschst, dann schickst du deine Mutter in Bussi. Und du bist direkt auf Brücken zugelassen! Was wird man anders machen am kommenden Sonntag? Ja, wir werden folgendes machen. Wenn der Gegner den Ball hat, werden wir versuchen, diesen irgendwie zu bekommen. Und wenn wir den Ball haben, dann werden wir versuchen, ihn uns nicht wegnehmen zu lassen. In der Box! Panterwimme! In der Box! In der Box! Dein Leben war vorher ziemlich langweilig, bevor du mich kennengelernt hast. Ja. Vielleicht ist es jetzt eh ganz gut, dass ich diesen Schalt vor meinen Augen habe, weil ich will eh nicht. Aber es bleibt mir ja nicht der Sport. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Applaus einmal für mich. Geht das? Einen Applaus bitte einmal! Danke meine Herren! Nein, normalerweise sagst du Dankeschön fürs Zuschauen, sagt Andi Marek. Dann gib her nochmal. Ich sag Danke fürs Zuschauen und es verabschiedet sich Andi Marek. Das war schon wieder falsch. Danke sagt Andi Marek. Auf Wiederhören. Wiederhören ist scheiße.